Hi, wir sind jetzt hier in Winterthur Schafhausen, das heißt Rheinfall hier. Hier, das ist genau der Punkt, wo eigentlich das Wasser vom Bodensee in den Rhein fließt und dann hier einen Mega-Wasserfall gibt, also ein Mega-Spektakel. Ich war ungefähr vor 20 Jahren oder 25 Jahren mal hier, kann mich aber sehr, sehr schlecht daran erinnern, wie es ungefähr hier noch gewesen war. Wart ihr schon mal hier in meinem Rheinfall? Was hat euch hier am meisten gefallen? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare. Jetzt schauen wir uns mal diesen Mega-Spektakel mal kurz von der Nähe an. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Perfect! 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 Cory underground!